Frau von Anstetten, von Highlights. Herzlichen Dank. Gräfin, es tut mir leid. Danke. Charlie, es tut mir so leid. Ja, danke, Christina. Jetzt hab ich halt noch leid. Charlie, glaubst du, das ist eine gute Idee? Natürlich, Arma hätte gewollt, dass wir heute hier zusammen sind. Das meine ich nicht, aber... Glaubst du nicht, du übernimmst dich ein bisschen? Der Kaffee war immer am besten, wenn Arno ihn gemacht hat. Charlie, das kann ich doch machen, dann hast du wenigstens nicht die ganze Arbeit... Armi, ich bin doch dankbar für jeden Handgriff, den ich heute machen kann. Je mehr, desto besser. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal.